und jetzt was euch falsch gemacht hallo hallo mama war immer confused die sind übrigens 89 hallo du zu tun oder hey ja nicht so, die waren halt top 10 nein hab ich glaub'n Blockfahrpläne? hallo, die team halt echt nice ich bin schon was heißt jetzt bei dir weil ich warte bist du ja, dann egal weil er bloß um zu durch ist, er geht gleich hinter dir geh hoch, geh hoch, geh hoch ihr seid so dumm ich glaub'n wir so niedrig David, das bringt warum alle Hacker? ich mein kein Bett mehr doch einer weil ihn nicht auf Bettkrieg, sondern sich meistens direkt mitzubauen einer, 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 no shift, durchgo es zeigt sich bitte mehr, komm doch, wieso, boah, wieso, boah, wie, da? wie, da? kommt, David? noch zu z.B. zu z.B. nein, das ging nicht er ging ihm abgegiert wird also in der Tauner nein noch nicht doch gar nicht die Kontrolle seit kurzem nach oben ich habe da ab der Bogen da liegt hinter der ich habe keine blöcke oder so als ob du jetzt erst hoch gehst Junge ich habe erst jetzt das Gold bekommen also richtig kann nicht sein ja ich habe das Gold bekommen und es gekauft direkt ach so ich habe ach du wärst grad noch nein ich bin jetzt schon oben ja der Bogen war von denen aber auch komm einen mindestens kriegst du noch Klavier nice noch einer du musst mal angenehm den Schwerfen spielen weil dann hättest du den Klavier holt die doch so easy alter der braucht kein Schwer so manchmal brauchst du echt einen Schwerfen ich muss hier unten hin weil vorne das ist so und Angst hilft aber auch Klavier ist gut genug ja als wenn der mich da trifft alter geh einfach hoch da David hier ja wie ihn da oben ist David da oben steht er noch da geht da ist keiner mehr ich hab keine Spammerbase hä wo ach diese kleine David kann mal runter ich kann mal runter ich hasse das der hat gehealt der ist übrigens immer noch im Kopf Klavier und Kevin geht zusammen drauf hab ihn auch wieder dran getroffen Klavier nimmt die ähm weil er sich in der Regel ist die Pickel oder es auch einer die neue Band zu dritten die Sterben oder so jemand die drei Leute offen und sekt das ist ein neuer das muss so so gut schade Schokolade das ist nur die Zutrasse wenn es noch um ja ein halbes da wird es auch einer Tod einer Tod doch auch ja wenn ich ja gar nicht so ja der hat's auch nicht gedroppt Hashtag für Spearwater Hat der gedroppt den Bogen? Ne Ich hab ne Krokop Wo kann ich den abschießen? Hat der der Bogen gedroppt Jungs? Nein, ich hab ihn an Schaden getötet Ja, hast du als recht, wenn das der gedroppt haben könnte Ja Ah, das war ja Der M irgendwas ist da Der M, Mori Q Ja, der hab ich gespielt Ja, alle daun Okay, jetzt fack die Kevin de Kette, das hab ich da bitte mal Oh, Klavier de Kielb Ja, ich prang gemacht Oh, was? Ich weiß, es ist in erstaunlich, aber ich hab' ich hab' ich hab' ich geb' dabei Als ob er nicht gestorben ist Das Bett ist 2-Block, glaub' ich Einer war unten durch, ne, von denen? Ja Von denen bleibt wer ist dann Ja Ja, warte, ich geh' noch einmal hoch und dann Eh, Petter, kannst du mir gleich ne Bauwels bauen Oder wo bist du überhaupt? Du kommst, du kommst hoch vielleicht, oder? Ich komm mit zu Ja, genau, du kannst dann, wenn du block hast, gleich ne Bauwels bauen Ja Deren Kiste ist der Eisenspawner Doppelchest Wenn ich dann gleich, äh, äh, bau's beim Monden genommen Eisenschwer direkt wär's erstmal Falls du EP komm Da hin, also dort, in die Richtung Ja, warte, ich kann den, äh, mit den ziehen Ja Okay, dann Äh, Achtung, Klavier Es kann sein, dass hier im Moment sein, dass du dir kommst Äh, Spekt auf welcher höchste TNT-Schutz? Äh, ich gucke 109 als und 9 höher Und höher, also Nö, wie kommt der wieder noch? Ach, der Ach, das war kein komplett abgebot Ich dachte, der komplett abgebot Luls Aber ich denke, Klavier, das reicht schon Also, du hast genug abgebot, glaub ich 160 ist, welche Höhe? Warte, ich guck nach Warte, brauch's nicht 160 116 Neun höher hast du jetzt gesagt, ne? Auch letztens Ja, neun höher Alles gleich, hab gefällt, lol Weißt du, Kevin schafft, und der wird dann, äh, verkackt so Wenn dein Kevin was schafft, was du nicht schaffst, dann solltest du dir Gedanken machen Warte, ich sag, wenn du kannst, Kevin Achtung, da kommst du noch hoch zu dir Das genau, wenn du nicht schaffst, was du nicht schaffst, was du nicht jetzt gesagt Ja, da kann man das machen Wurst, die haben weichste Länder Kann einer mit Blöcken? Klar, wir hast du auch dabei Ja, die haben mich auch gecheckt, ne? Ich dachte dazu Also, soll ich mir Eisenfettbogen machen? Ja David, du musst auch Spam, ne? Ja, ja, ich wollen wir eigentlich selber eine Basebogen, weil Ja So, wie mache ich jetzt hier mit G? Äh, warte, wo bist du? Laufen, und neun höher, neun höher Auch neun höher ist laufen Also, einfach runterlaufen, wenn du 160 bist Neun höher Neun höher Einfach runterlaufen und äh, Koppelböse Der Typ sieht aber, dass ich komme Ja, das kann ich gar nicht Ja, fick den dann einfach Ne, es ist komplizierbar, ich hab ihn einmal getroffen Du musst dich nicht neun höher stecken, von 111,3 höher Bessere Idee Rund höher, irgendwo hin Oh Gott, was machst du jetzt? Ey, Bus, die biefen hier im Chat richtig rum, dieser eine Typ da Ja, ja Oh ja Nein, scheiße Schade, Kaviar, aber du hast da Hä? Na, krach Ey, ich fang mal eben EP-Schutz an, ne? Ja, mach das Unnötig, dass du darauf kommentierst Das ergibt noch nicht, wie viel Sinn, Alter Ich kauf mir jetzt Leitern Vielleicht gibt's irgendwo ne Stelle für Leitern-Milchie Nein, bohe noch ein Kopfhebber Nein, bohe noch ein Kopfhebber Gibt's dort irgendwo ne gute Stelle für Leitern? Ja, es gibt eine Ja, es gibt eine Ja, es gibt eine Wann ist da unten einer? Jetzt schaff ich das Nee Das packen, aber ich bin einfach und ich bin so bescheuert mein Mann das ist unglaublich die waren unten weiter ich hab mal drei kopf dabei ich habe einen kopf für dich und ein schwert ich bin so verkauft ich weiß auch was für Sachen einblenden was willst du einblenden? ich kann die ganze Zeit während der Aufnahme, während ich so Onesercook laufe oder so Twitter und so eine Scheiße einblenden das mache ich gerade voll übermäßig oft, aber es ist scheißegal, es ist lustig ich kann dir schon mal das Intro reinspielen, das ist cool dein Intro mag ich ich schneidest du jetzt noch mal raus? ich schneide nicht mal das während der Aufnahme, wenn ich mich nicht nachher ansetzen muss die haben ein Buch oder du fragst einfach, dass du es nur spielst ja genau also die Chess ist immer noch äh mit Sandstein eingebaut ne? Doppelchess das ist easy abzubauen Alter Kevin Klaus, mit dem Sohn, mit dem Sohn, mit dem Sohn, mit dem und deine Hitze, aber lecker ich frage mich keine wo, wollen die unten noch aufschnuppt und los frei also Loll, Loll, Loll als ob es der Bogen ist als ob es der Bogen ist denn mir war es so runtergeschossen, was ne Huzo der hätte, hätte auch den bekommen, dann wäre der Bogen da gewesen als ob der der Bogen ist der war, wäre auch viel zu offen die bauen die unten, ja die bauen auch noch auf der Scheiße ja die können easy P werfen ich kann von hier aus nicht treffen oder er baut einfach direkt Zoll, ja ja auch und deren Bett ist voll da kann man irgendeine gleich mal Baseplam und das Bett einbauen weil Bob hat E-P-Schutz ja muss der machen bei ihm was schützt kurz ok mit Eisenblöcken oder wie? so ein Steak oder so? ja mit Eisenblöcken das mache ich dann ja wie, was ist dir vom höchsten TNT-Schutz? äh warte ich gucke den sie Karten bauen ja ja 21 höher ah der schießt auch durch, pass auf und da ist auch ein Bow also du könntest ihn vielleicht noch was ist denn nun? 21 höher 48 ist geht nicht ich muss mich ein Zwerst decken hm ich hab zu wenig ähm also noch mehr zu machen das ist der Bow das ist der Bow das ist der Bow wir gehen, wir gehen nice ok oh da oh da unten kommt wieder ne 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 sind schon gut gerade Bus musst du zugeben ja wir sind aber aufkommen warum die waren ja mal Platz 2 oder so gell wir waren ja ja einer Typchen spektiert wird der jetzt hat die Aktion also ich freue mich voll wie sie diejenigen nachher aus Kriege und das ist ja auch ganz geil weil was was ist wie viel höher ein Hochstecken ist doch ganz chillig oder muss zugeben muss zugeben auch der Rollstuhl so dass ich mich nicht treffen kann äh ist das immer noch auf der Höhe wo ich eben gemacht habe ne irgendwie nicht ja ja wie sind wir denn gestorben da muss ich mich halt wir brauchen gerade bei 9 ok doch nicht dr und dr 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 da wird es dann wohl nicht kaputt gar nicht just der scheint den Schutz er der sag mal 25 für ist er jetzt? Warte, 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 warte. Nein, 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 ich töte, nicht töten! Ja, 25. Da ist noch ein Bro! Fick dich! Ich hab ein Problem. Ich hab ein serious Problem, Alter. Guck mal was du denn machen, Alter. Da unten ist schon wieder einer. Dieser Typ, den... Wie hat der denn da unten? Angriffskuchen, YouTube. Der Typ, der da unten ist, der ist fast dauernd. Ich hab ihn dreimal mit gespannten Bogen getroffen. Hä? Junge! Du verkackst die ganze Zeit. Das ist klar, wie? Nice. Nein, 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 davon ist es zu gelaufen. Ja, ich trecke gerade nicht. Lass noch einen nach, oder nicht? Nee. Ja, okay, gut. Oh, der hat noch ein paar Sachen gedroppt, das ist ja schön. Ooooooh! Große Eier, oder was? Ja, Digga, ich verkackt zweimal von zehnmal, aber egal. Wir haben T-T, wir haben T-T hat auch schon jemand gefragt, ob die uns im N-T-T erklären sollen. Ja, ich bin genau. Ja, bitte, ja. Ey, wir haben T-T hat doch einfach. Naja. Es ist 100% safe. Kann jemand jemand sich scheitern, dass jemand von hinten kommt? Kann jemand jemand sich scheitern, dass jemand von hinten kommt? Ich ist grad nur, äh, T-T- Schuss. Ja, alter! Ja, wie viele Leute wollen ihn ja noch hören. Leute, wir haben ja noch einen. Lass dich denn ab. Nein, nein, das will ich nicht. Der beim T-Tisch, 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 der beim T-Tisch. Wenn ihr hinten drauf und mir die machen würdest, würde ich nicht mehr so viel zu tun. Ich kann ihn sehen, aber nicht abzuhören. so richtig er hat es braucht einfach keine keine weiter wenn du nicht ich will den anderen ich kann den anderen treufe ich hab der bogen ab mich scheiße es ist nur einer base wenn ihr hinten drauf im lg machen würde gut ne kippt okay kippen 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 jawohl schade 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 aber ich hätte falsch an ja du wurdest einfach vom bogen getroffen nach unten die Runde durch alt wird es nicht wenn er den halben Weg abgebaut können ja so weit sein wir können ein Satz statt koppeltschreibern richtig der eine kürzliche Zulässer in den Zinsen hat er das sind wir die Treffen ich kann nicht treffen doch der könnte seitlich ich habe ein bisschen drüber gebraucht aber eigentlich nicht er kann die nächste Person die hochkommt den Bogen mitbringen die nächste Person die hochkommt den Bogen mitbringt klar wird für uns der Dardus war so mit einer Haltung umgekehrt 16 Minuten mit einem Bogen ja war ein Joke Junge nein was nicht doch was alter Klima so schießt mich ab ich brauche auch Besten dann hast du dich eigentlich doch doch erkennt ihr bitte nicht durcheinander reden eine Person wer ist unten wieder einer ähm alter wie bitte was hast du für kippt war ja schwert einsam ok ja Joksens Waste ist das zu viel die Musik die gerade da war war Copyright du musst die Aufnahme lade wenden ok ich bin aber damit er nicht unter ersterben also der TNT schützt an er hat dort drücken Prozent die Welt in die uns 6 2 das ist ein Erwerbungsverhältnis wenn es erfreut uns Null ist Null wird Null wird ach zu mir ich kann nicht helfen nur ein Schiff mehr ein Wort Kornel die Bärerei erhält Oker Welt die Ecke mit zwei Luft die kann nicht sein mach doch mal Doppel-Emmel, die dann... Nee, die müssen bail. Die machen jetzt doch besser. Das ist gut mit. Ja, das versteht aber nur nicht... Nee, mach doch. Ja, ja. Mit Stärkewissen. Ist ungenugesblieb, erst mal? Ist ungenugesblieb, erst mal? Ist ungenugesblieb? Hallo? Ah, ich weiß, was es gerade macht. Oh, 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 oh. Warte, was ist das? Bei wem ist das? Kann jemand bitte Dave rausmogen? Kann jemand sich muten oder mit dem Teil rausgehen? Er mutet sich. So verstörend. Hallo, Camille. Wie weit hast du denn das Spiel? Lass doch mal den Weg hier weiter nach vorne bauen. Ja, ich hab keine Blöcke mehr. Ja, Alter. Äh, die sind unten durch. Warte, ich hab dir gerade komplett abgebaut, den Weg. Also du bist zur Hilfe. Ja, Junge. Ich spiel's dann kurz und nabba. Ähm. Leute. Einer der auf den T-Shirts mit voller Köp ist runtergelaufen. War's der Bogen? Nein. Der Bogen hat gerade Petr abgeschossen. Also T-Shirt abgeschossen. Ja. Oh, der Bogen könnte gleich hier abschießen. Oh, ich weiß noch. Oh, Kevin hat's ruhig. Ich denk an deinen Blutdruck. Ich hab's gesprungen. Ich glaub das... Kein Kackgamm ist der Schlüsselstick. Außer wenn sie ihn mal brauchen. Ja. Man nutzt den Stick aber nicht so. Was? Ähm. Bogen Downs. Was? Als ob das der Bogen war. Das war der Bogen. Klavier. Alle Base. Und die haben da Spinnnetze. Überm Bett. Wir bauen doch ein TNT-Shirt. Ja, ich mach erstmal den ganzen Ding nach oben weg. Jetzt musst du aufpassen, Klavier. Da ist das Spinnnetz. Ah, das war nicht seitlich genug. Da ist kein Weg unten. Ähm. Und alle Base. Alle Base. Ja. Von unten oder was? Das war sauknapp. Und neiner wieder. Ich hab grad fast 24 Gold in den Sitz geworfen. Aber alles gut. Das wär nice. Das ist einfach so hochgeglitscht. Direkt hier aber weiter. Fast so geil wie ein halbes Deck Kisten. Ende. Kisten. Ende Kisten, genau. Jetzt Rückblick. ESL einblenden. Ne, das krieg ich nicht hin. Das müsste ich dafür eingespielt haben. Ja, frag deinen Bruder. Mhm. Das heißt, hier wird ne Roller-Teil, die hochkommt. Ja, Junge. Oh nein, das war ein anderer. Ja, ich weiß nicht wie ich den, der jetzt getötet wurde, vor mir getötet habe. Aber ich hab einen getötet. Hey, seit wann ist Hitz hier drin? Äh, keine Ahnung. Hey, wo ist Hitz hier? Ne, der ist ingame. Aber nicht hier auf. Oh, lol, der war ab. Ab. Und noch einer. Oh, wie geil war das denn? Ach so. Als ob ihr das nicht checkt. Erzählte kann ich nicht mehr verwenden. Hoffentlich-Klanken. Boft und Gotthold. Erzählte jetzt mal Stärke im eigenen Alter. Hey, ich hab keine Stärke, sondern soll mir Stärke machen. Und dann noch was erlernt, bestern. Ah! Erdienstlich, ne doch. Oh, Kevin. Oh, nice. Ja, jetzt habe ich aber wieder. Komm, komm, dass er und er noch einen Stadten. das hatte welche stärke ja mach ich mir jetzt und dann kaufst du bis in der kiste da unten kommt wieder einer kleine ok warte noch einer der hat nur sick als ich hab dir kein hit gelandet ja das war ok und dann war ich wieder hin oh mein gott wenn die mich hier oben da haben könnten die recht schnell oben bekommen das dauert noch das dauert noch das ist ja lustig wenn die ep zu die ersten mir machen würde sogar gehen ihr müsst halt irgendwie mal habt ihr grad bronzer wahrscheinlich nicht ich hab bronzer kevin 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 da könnt ihr die ganze scharfe machen oh das war ja vor allem wir können von hier aus ruhig ja das ist ja die schutz ist ein bisschen höher durch ihr könntet vorne auf die sich um auf den ganz ganz mini ep peder macht locker mit ihr vorne dran geht nicht ja lenkt die so richtig gut auf einer stt schutz hier hat er mir noch begibt auf einer habe ich am tnt schutz getürt ich glaube einfach runter einer kommt wieder zurück zu dir passen oh wegzuell gegen revie spieler als ob ist doch ein der schutz als ob der schick der ziel der ziel low ground ja aber so richtig wie viel tnt bräuchten um das bett zu sprengen oh richtig viele eins wir sind ja noch kurz 4 5 6 7 8 9 10 11 ich hab 3 tnt für das bett geschützt jetzt wow wir müssen ja gucken dass du ähm mindestens 9 ja ok das machen wir nicht aber ich würde eher 11 tnt man könnte aber schnell unternehmen dann könnte man die tnt schützen ja aber dann machen wir ec halt äh bitte nicht butterfly ist verboten wer war das überhaupt twittern oder ne das war ich nicht wer war das na warte was ist verboten über dir über dir was ist verboten wer hat gerade gebutterflyt ich kann nicht butterflyen aber ja ich kann nicht butterflyen aber ja ich kann nicht butterflyen ich kann nicht ja ich kann nicht butterflyen ne ne aber ich glaube dass der z-rex da gerade irgendwas auf seine tatsatur oder maus gemacht hat ne alter 8 klicks pro sekunde digger ich weiß nicht leute ach komm hau nachher schon ne der hat nix an n n das war auch äh ich kann nicht toll und neuer ihr habt ihr aber eigentlich ganz gut ne der Kiste nicht wir haben dann kommt die mit der jetzt kommt bald kommt die mit Doppel-EPE und Stärke 9 wir müssen irgendwie Stärke machen glaube ich nicht ja ich habe Stärke Base aber allein ist halt bisschen ja wenn ihr da wisst ihr könnt ja als WP und einer stärke die Dr das ist ja ist einfach so ein der Wetter ich hoffe das was ich meine noche an die Leute die auch kommt weggelegt so ja ja ich der Outlook über die Fick-Stick-Duell gegen Revy-Player was soll das denn werden Leute, der hat gar nichts bekommen, und der hat den Spitzer und ich halte noch Backstick Okay, so genial das war von oben ist doch viel schlau ist Spiel was ist denn Spiel mit den Low? ich weiß Ok, auf Bange. Ich bin natürlich wirklich ganz flehfähiger. Ja, was auch. 2. Einen hab ich einmal getroffen. Den hab ich nochmal getroffen. Ich mein den anderen hab ich noch getroffen. Hörst dich so an. Hörst dich ja müde an. Ja. Na, den hab ich gekillt. Ja, besoffen würd ich mal hoffen. Wuschi war da nicht besoffen, alles klar. Ja. Klaren die da besoffen? Neues Video. Neues Video von Klavier, du Klaren die da besoffen. Ja, meint ihr den würd ich gleich ab? Ja, gar kein abzählter Junge. Oh, mein Klavier. Nein. Hast du das gesehen Klavier? Nö. Ich bin am Kopf erst durch den ganzen Knopf vorbeigerutscht. Die kommt zu dritt unten. Ja, Challenge Nice. Ich war noch nicht kalt gerade nicht wirklich. Wenn die zu dritt unten hätte ich MLG gemacht. Hab ich beide? Ach so ein Klavier. Das kann er nicht überleben, den Doublelift am Ende von dir, aber echt? Mann, diese Menschen sind so schlau, die... Warte, ist der Bogen gerade untergefallen? Nein. Wir haben nicht mal einen Bogen. Logic. Wir haben nicht mal einen Bogen. LUL! Da war ein Block noch nicht gesetzt, nice. Und noch einer. Ich glaub, es wird immer wieder sehr viel Twitter-Einblendung. Oh, ja. Ah, wie geht das jetzt? Hä? Warum passiert nichts? Oh, es passiert nichts! Ja. Es passiert nichts! Toll, alles kaputt. Ach, weil es wird deine letzte Einblendung war. Moment. Alter, David ist uns gar nicht bei dir, ne? Ich weiß. Dafür muss ich theoretisch erst auf 1 gehen und dann wieder auf 3 und... Ah, da ist sie! Da ist sie ja. Ja, das ist geil. Ja, mach mal wieder MLG und... Helft mal David, bitte. Ach, das geht schon. Unten kommt einer durch. Ich kann da hinspringen, ohne dass ich sterbe. Zwei, zwei unten. Nein, Stavi. Aufgerückt, Staubsauger. Staubsauger, der saugt auf und haut mich auf. Ich sag, einer Chess-OP. Oh, die könnte es aber... Die haben Gold ausgedrückt. Äh, Chess oder reingekommen. Wie gerade andere Spiel hören, nur zum Feiern merkst du, ich hab' Minecraft noch nie bei mir. Oh, bro. Alter, schade, glaube ich. Levin. Du könntest versuchen, auf einen TT-Show zu gehen. Du könntest versuchen, auf einen TT-Show zu gehen. Noch hinter dir knapp. Oh, das ist jetzt Battle der Gegenden, Mann. Easy. Ich mach' einfach wieder MLG, vielleicht grafen die das dann nicht. Du musst die Stickle gegen Klavier machen, ne? Naja. Scheiße. Soll' ich dir die Höhe sagen, Kevin? Nö. Ich träg' von David zwei drauf. Mach' so. Du musst vier Blöcke dich hochstecken lassen, äh, acht, glaube ich. Also die Höhe ist, äh... Ja, die müssen wir oben abbauen und David helfen. David? 141. Ja. Keine Ahnung, ob dir das was bringt. Und neiner. Nein, das bringen wir nix. Mach' das wieder weg. Einer ist unten durch fast, ne? Toll. Wir haben dich doch nicht gerafft, Kevin. Was? Ist mal was Neues. Einer kommt jetzt hoch. Geh' runter. Geh' runter und gib' ihm Lowgrounds. Oh, ich werd' jetzt kommt BÜ-Anforderung, Alter. Da geh' ich sowas von nach. Oder? Kommt was? Ja, komm! Nicht! Junge, anstatt du ihm Lowgrounds gibst. Ne, das kommt ja gar nichts. Ich kann ihn nicht mal sehen, wenn du den... Ach, wie süß. Ah, ich hab' gar nichts. Okay, wir wetten können, dass jetzt BÜ-Anforderung kommt. Ich hab' ihn einfach in Ruhe lassen müssen. 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 Einfach hochlassen. Und du Sneaky-Beaky. Wer den... Oh, du spät. Höh, doch, ne, das ging nicht. Noooooooool. Geh' serious. Wie? Hat er das gemacht? Keine Ahnung, Magie. Ja, zur Seite gehauen, hatte ich da auch. Naja, jetzt ohne Witz, das war... Ich war... Hab' da hochgebaut und der Kampf und... Das ging... Naja. Ähm... Zane2k hat... Autoklicker vielleicht? Ja, die haben beide Autoklicker. Hä? Baut doch mal da ab, halt. Der schlägt mit. Hey, Peter, bau den Weg ab. Bringt nix. Guck dir mal alles. Wie kann er denn jittern, wenn er... Links-Click gedrückt hält, what the fuck? Ach, Leute, die sind ja schon hier. Magie, Magie. Magie, Magie. Allah, 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 Allah. Vielleicht hat er... Links-Click. Magie ist Magie. Links-Click-Hack. Oh mein Gott, Kevin! Alter! Ey, hättest du's geschafft, ne? Der hättest dich so gefeiert. Ach so, ne? Der kommt ja nicht auf, ne? Der kommt ja nicht auf, ne? Der kommt ja nicht auf, ne? Der kommt ja nicht auf. Und der hätte einfach so, ich würde das Set-Bett-Abgebot. Mach doch einfach, wenn ich genug Gold hat. WP und eine Stärke. Wir brauchen ja eine Komponente. Also, wie viel Gold habt ihr denn? So viel. Ja, wir haben ca. 88. Au! Ah, heißt das was? Ne, glaub nicht. Willst du da mit irgendwas andeuten? Nein, 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 nein. Geht mal mit der... mit der... mit der CTTT-Schutz. Und in der CTTT ist dann CTT. Ihr habt dann ganz viele Schafe, ganz ganz viele. Boah, ich hab keine Lust. Ich glaub Kevin Witzpacken. Ich glaub Kevin Witzpacken. Ja, wir wollen alle durch, ne? Ich will so hart auf Flick. Zwitter? Ja. Einer kommt unten durch. Ja, Kevin hat den. Ne. Ich hab ihn. Hat ich keine Lustung? Geld. Ja, ich bringe es jetzt hier auf den CTTT-Schutz. Zwei unten. Zwei unten. Einer ergriffen. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn er gestorben. Und jetzt, jetzt macht er keinen Linkskick mehr. What the fuck? Jetzt hat er seinen Hex ausgemacht. Nein. Easy. Noch einer kommt noch. Noch einer. Klavier, Klavier. Mit Schwert. Wo? Na genau, auf hinter dir, kann man sagen. Sogar wie dumm sind die? Die lassen sich extra äh... Ja, das ist das Gefühl. Noch einer, äh, Klavier. Ich glaub ohne Glück. Die lassen so dumm. Ich frag mich, bis die Bühne Überforderung kommt. Ist das irgendwo auf dem CTTT-Schutz? Das sieht zwar überhaupt nicht anlädtet aus, aber... Ne, die gehen immer zu... ...tritt unten lang, David. Ach, nix für mich zu tun. Die Bühne überstellt den New Baseball. Ich bin noch ein Travier, MLG. Klavier? Ah, scheiße. Der möchte nicht Feuer und CTTT-Schutz. Na meine, bauen sich die auch. Mach mal ganz viele Schafe. Ne, ich mach ganz viele Schafe, ganz ganz viele. So viele wie es geht. Geh, mach mal mehr. 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 Nadr Weltkrieg Gertrschmer Der der fühlt sich jetzt nicht verarscht noch eine Kette, ey, wie viele Schafe könnt ihr machen? gleich wir haben keine Brauung, so jetzt kann wer ja, weil ich gerade alles für, äh, Blockverbrauch der Typ ist so ekelhaft, ne? der geht mir jedes Mal der Backstack sagt immer, ne? ja, das ist ekelhaft der ist schlau das ist schlau ja, weil ich fühle ich nicht ja, ich habe schon gar nicht geschossen ich hoffe es nicht mehr, da durchzuschießen ok, machen wir es folgendermaßen, tschüss ja, ja ok, tschüss die hat der an die Halle Mann immer ein Affacker jetzt ist der Kack nur schon wieder da ach, dann da unten, ne? wir sind zu dritt da oh, 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 okay komm, tschüttern oh, scheiße, wir müssen so schnell wie möglich abwornen einen getroffen immer nein, da und da, ne, doch nicht die Frage ist, wer hat bisher den höheren Goldverbrauch die 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 aber so was die auf jeden Fall Twitterer und Eisenschwert ja, das ist vier Bögen und eine und zwei Händerschösten oder, ja oder Twitterer und viele Bögen, äh, und Eisenschwert den 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 er ja doch und die sind die Glechsturisten die sind durch nein, ich habe die sich was hat du hast du was er war wollen als er zu erledigen okay die Stichs schnitzlichen er hat auch bei der Neckang zu bekommen hat die Erzorgung überwürdig der Lüste also richtig gegrüßt wer auch geklärt wird der Passwort das ist wenn man im Kopf steht der Städtchen wird durch die Redezeit wird zu zweiter Kürb das macht was auch er wird der Kieb nicht mehr der Hälfte er hat die Runde abgehauen auch Gott der dritte der dritte Arbeitgeber als abgetobt reiztet die Praktik er hat auch eine dritte Euro getroffen was nur noch und er hat der Stärkung aber auch wenn es dann so spannend noch einer noch einer er auch wohl wird die beiden Euro er hat mich wohl immer treffen bei mir sind die Koppel der das ist ein bisschen was er auch noch mal getroffen so kennt sich die Mitglieder der Stiftung ist die Neufelser die Scheiße jetzt mal nächstes Mal wenn du hochkommst, den neuen Bogen. Es sind zwei neue Bögen. Hä? Wo ist der eine? Der ist immer Base. Ne, die bauen hinten raus. Was? Hinter der Konterweg. Ey, was? Was ist das? Hallo? Einer kommt jetzt unten. Das ist aus meiner Reichweite. Oh Leute, da ist einer. Oh Mann! Hast du den unten? Twitter kommt einer. Der ist ein Schuss oder so. Zwei kommen. Mach, mach, so schnell. Guck bevor ich noch bin, solange ich noch lebe. Die sind am Onzeck jetzt. Lacht euch nicht, Storm. Habt ihr einen? Ich bin einer. Kann dann noch einer mit Bogen hoch? Oh, ich brauche nicht. Da ist der Spitziger für das Schuss. Ah doch. Noch eine unten. Alter, das hat immer Rekord angebaut. Wo sind zwei Goldchen hier hingeworben? Hier. Da sind zwei Goldchen hier hingeworben. Da sind die zwei Goldchen hier hingeworben. Da sind die zwei Goldchen hier hingeworben. Ich nehme schon mal zwei Schafe. Das wird funktioniert. Ich nehme Bogen mit, für mich. Ich nehme Bogen mit, für mich. Nur noch Bogen und Bogen mit, für mich. Den Hekt. Oder einfach eine EC mit, einfach eine EC mit. Tenare oder andere, drücken. Ich nehme Bogen, drücken. Jo Ich dachte schon, du wärst runtergelaufen, Alter. Habe ich gerade erst aufgedacht, oder? Hier, spänne ich, spänne ich, spänne ich Ja, ich hab ihn dreimal getroffen, bis hier immer Ja, du könntest ihn kriegen, Klavier David? Der müsste 2-Hit oder so rein Ja Oh Gott, ich hab gerade fast einen Schuss Ja, ist gut gewesen Äh, ich glaube, du musst noch mal... Oh, da ist einer Da ist einer, da ist einer Ja, ich bin außerhalb Ich hab das nicht gesehen, dass du einer hast Komm, schießen wir nicht Geht das nicht? Nein, ich hab runtergefallen Nein, ich hab nicht, ich hab nicht, und ist einer Da ist ich mal runtergefallen Da bin ich hier reingezogen wieder hoch Da ist drin Der ist so ungefähr 3 oder 4-Hitzen Da baut durch Haben wir oben noch, oder sind wir jetzt? Nein, der ist jetzt genau unter dir Ich geh einfach ohne alles hoch, nur mit Boden und hoch Der hat ungefähr 4-Hitzen Ja, nice Wir müssen noch mal aufhören Wir müssen noch mal aufhören Der ist nur lecker Nein, wir müssen unbedingt ins Blieben Hey David, bist du immer geschaut? Ich kicke und nicht alles weg, das ist scheiße, es ist zu viel Oh Gott Richtige Georg, äh, ich hab auch nie Das alles, äh, alle passen Nicht durcheinander reden, bitte Na, da ist mir auch immer so David bis oben Ja, ich wiederum Noch eine Runde So was hat nicht mehr passieren So was hat nicht mehr passieren Dein Scherp hat nichts gemacht Ja, aber nicht Oh, da war es ein Gewinner Oh, da war es ein Gewinner Hat und keiner Ja, Kevin Hartin Miss Hinkrieg Ja Noch eine Runde, Alter wie Die ganze Zeit konnte an die Schwule Ich mach dich nicht Hä, keinen Bock, ey Was hat es gesehen? Ja, okay, ich hab einen Plan beton Noch eine Runde, stell mich einfach hin und warte bis eine Hochkunft kommt Ich muss nichts mehr machen Hat er aber wieder oben? Ja, ich hab ja, die haben wieder oben Das ist nicht mehr Das ist nicht mehr Nee, das ist nicht mehr Das ist nicht mehr Das ist nicht mehr Das ist nicht mehr Dicken Kick Oh, komm, jetzt schafft ihr das aber auch Klavier? Soll ich mal schreiben BAN? Ja Ja, der wurde gewandt Nee, Kick BAN LOLL BAN LOLL Nein, als wenn der gewandt wurde, Digga Nee, der wurde aus der Lobby gekickt Also irgendwie Lobby gekickt Ja, aber das hängt meistens mit dem Band-Digit zusammen Also so warte ich nicht Drei Tage waren für Spawn Trapping anscheinend Wahrscheinlich nichts, was mit uns zu tun hat, aber trotzdem lustig Hacking, alles klar, ja, Hacking Was mit Hacking? Was mit Hacking? Die sind zu zweit unten Einer ist nur in der Base höchstens Ich geh mal durch Es ist nicht wichtig, ob der gebannt wurde oder nicht Der ist offensichtlich mal weg Es ist wichtig, ob er gebannt wurde oder nicht Aber es ist nicht wichtig, warum er gebannt wurde Leute, es sind zwei unten hier Ich probier ihn abzuschießen Das Richtige ist, dass er nicht mehr da ist Kevin, ich geb dir einen 10er, wenn du beide holst Jetzt ist er richtig Jetzt ist er richtig angesprochen, Alter Ich hab' den auch einmal getroffen, also Ich hab' den auch einmal getroffen, also Ich hab' den Flicky, was trägt dann? Null Euro Mann! Dann tritt ihn nicht! Wo ist deine Kiste? Äh, ebenso, das ist unmöglich, das ist Doppelchef mit Eisenblöcke Das sagt niemand, es ist so möglich Ich hab' den Kürb Allerdings Kannst du mir sagen, wo der Konterweckend ist? Äh, noch nicht war Richtig weit Also, du musst mir keine Sorgen noch Also, du musst mir keine Sorgen noch Also, du musst mir keine Sorgen noch Nö, nö Die konzentriert sich nur noch aufhören Das riech der Rechner an IP Okay, wenn du den kriegst, geb' ich dir n' Kuss Ich will ihn töten, nö Hast du kurz n' oder Kuss gesagt? Kuss Ich will mich kurz n' mehr freuen Du kriegst trotzdem n' Kuss, hier Da hat er grad den Clan anbekommen, so Klavier, einer hinter dir jetzt Ja, von vorn und hinten kannst du aber nicht setzen Wo ist der Bewerberraum hier? Geh weg, Varrox, du bist eklig Varrox, gerade unpassend War, Varrox Movin' irgendwo hin Na, das war er War, je nachdem du ihn gemoved hast 2 und 2 Wer, jetzt hab' ihr Kopfnick Komm, welcher unten, oder wie? Dort Okay, wenn du die beiden kriegst, kriegst du n' 10er, okay? Krieg ich? Beide Okay Nein! Gah! Okay, ziehst du mich auch? Ich will, ich krieg' beide mit dem Boden lecken Ja, hier Ich hab' kein Hit landen können, was war das denn? Du zweitfällig wird durch, du Karl aus und das Eisen Zu zweit Oh Gott Fisch, du bist der Cut, bisschen unsafe Lass mich mal vor, wieder Einer ist one sick Hinter der Mauer Wuh, das war klaus Alter, wie hielt in die Das Bett-Ding gebaut von euch, Mann Oh dieses Solo Einer hat tot Beide down Twitter könnte man mehr Peter Was? Alter Kevin, G, mach' jetzt mit DC Twitter, CT, 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 CT Nein, nicht mehr, Alter einer hat die auch gebaut Ja, mach mal jetzt TNT-Angriff Der Klavier geht ja immer nach unten Ich hasse einen Breitsweg. Ich hab anderthalb Herz, ich kann nix machen, ich mach nur Ablenkung. Weil, ihr müsst mal langsam das Bett holen. Das ist 40 Minuten grad, ne? Und ich glaub, keiner hat Bock, 40 Minuten lang das Video anzuschauen. Ja jetzt sind wir sowieso zu spät. Ich würd sagen, dass du irgendwie, keine Ahnung, die dummen Sachen rausschneidest oder so. Kann er nicht. Der war gut. Als wenn du nicht schneiden kannst. Könnte ich, wenn ich wollte. Könnte und wollte. Ich denke, ich kann jeder sagen. Der eine, der eine Runde durch und durchfällt. Find, Find, Find. Was ist passiert? Der ist einfach rot. Der ist einfach rot. Okay. Ich hab mit 10, aber alle, alle Bases. Lass die Zeit, Kevin. Warte. Alle Bases. Ich brauch noch eins, zwei, drei, vier... Als ob. Was ne Range, Alter. Und dann ist das Bett komplett safe eingebaut. Ich will mal behaupten, dann kommen die damit nicht erst mal so nicht so schnell durch. Oh Gott, du kannst von one second, Mann. Für mich ist es die oben voll langweilig. Ja, aber mich Bases nicht, oder was? Besser als die oben. Wieso? Du kannst wenigstens noch das Bett einbauen. Kevin, warum hast du jetzt nicht hin? Nein! Was hat Kevin gemacht? Ey, ich wollte mal bitte, ob einer durchkommt, weil ich wollte ihm die Chester aufbauen, um da Sachen reinzulegen. Kevin, was hast du gemacht? Was ist? Was hast du gemacht? WC war dir gesetzt. Achso. Oh, hinterhin, hinterhin. Wir haben 52 Gold, ne? Ja. Deathmatch, lol. Wo? Hä? Lull. Oh mein Gott, Gabi, ja. Ich geh das nicht. Die haben jetzt ne EC. Überm Bett. Jetzt hört man wieder, zeigt euch, bitte. Hey, wie soll ich denn auf Chess-Loot gehen jetzt? Ja, Chess, das ist unmöglich. Fass. Das ist der Doppel-Chess mit Eisenblöcken. Dann machen die Schafe beim... das Chess. Äh, einer unten durch. Ja, ne, ich kann den von hier oben auch nicht misspläten. Kevin, Kevin, Kevin. Der Mann steht... Jochal, trotzdem kriegst du noch, mal. Ich glaube, es ist nur noch mal. Ich glaube, es ist noch eine Nacht. Wenn der jetzt hierherkommt... ... und lebt noch, ne? Der, das ist da für große Hintergrund. Ja, dieses hierherkommt. Ja, das ist ja mal so op- eingebauten, muss ich mir sagen. Das ist fast so möglich, abzub vagabtrockend, was er gelangt ist. Das ist so krass. Hohlen wird nicht weiter weg. Hey, da muss ich mal ein, äh, das könnte ich kurz auf den Raum schmeißen. Ich, so lange du mich nicht trist? Nein. Okay, wer heute mal neu wird, switched back on. Hey, SFE! 4 4 Schuss zerstört wer wer hat der Ex-Ziergang der Stolz auf sich wer hat der Markt eingeladen als zwei und zwei und durch die Wurzeln kennen wenn man noch nicht mehr schlägt denn das ist noch kündigt da user lebt durch die Hand einmal getroffen zweimal getroffen Oker erhalte Klavier auch schade er hätte die Beide holt, gebe ich dir in Zehner nicht Zehner, wenn ich beide hole? ja, doch soll ich mal mit dem Stärke drauf gehen? nein! ohl, du bist auch beim Gleiterspult um komm Klavier, staub ihn ab, staub ihn ab nein, ich bin tot Loid bei Zorn, nice oh, ich liebe, ich liebe dieses Geräusch wenn die Blöcke platzieren ich glaub der ist Loid, dieser Mori und der Erste, da ist Loid hinter dir mir ist so lange, weil ich nicht nice, Kaviar mit der Faust was gemacht hast, beide? ja, nach dem Leben noch, ne? das war so mit der Ziner Face of Kör, ne? ich hab nicht Specs halt, oder was? ich muss mir auf jeden Fall gleich einen neuen Bogen machen ich will mich auch Alter, wo haben die Specs? äh, ja ja, ich hab den auch so ziemlich wäre ich jetzt da runtergesprungen ey Mama, mach mal bitte alles hier übersichtlich ok, ne, mach nicht passt äh, kann... mene, mene, müsste ich ist ja keiner mehr bei uns in der Base, ne? mhm den halt nur zu dritten wann hat er das gesagt, ey? hab ich ganz früher mal gesagt gehabt ach man die schreiben im toten Chat, äh Kaviar du Dope wer schreibt das? äh Angriffskochen Youtube kenn er nicht und er hat mehr Abos als du, meinte er ich kenn ihn nicht, aber er mich, das ist komisch äh Respekt müsste man bitte sagen, wenn einer kommt, ne? aber ich baue grad hier ein bisschen so just for fun ein bisschen just for fun? ich baue auch immer just for fun so ein bisschen in der Basecom ja, ich baue grad so ein Hello-Zeichen so jeder der in meiner Basecom erstmal willkommen heißen ich hab grad in der Luft geflogen weil ich auch zu sehen mein Fenster Macro-Fenster verschoben hab scheiße scheiße sie wird ich hängel mich jetzt kommen die zur Zeit mit voller Köp durch Runden ja, ich hab einen getroffen nach 10 Jahren ich hab die beste Boss bei my Base ever Runden 2, ne? mit voller Köp nehmt ihr grad auf? ja egal, äh, tut mir leid Leute ihr könnt jetzt, wenn ihr Join4 Plus habt nicht mehr in die Host- und Leader-Channel weil sonst könntet ihr auch in die Bewerbungs-Channel und das wäre unfair ja, da muss ich eh nicht rein ich will immer rein ich will immer rein ich will immer rein wir werden einmal eine rechte in Zuhause okay ich bin schon alleine hier cool ähm, nein, du bist noch mit mir komm Kevin, fick beide einer kommt durch hä? den hab ich nice noch einer, noch einer nice Klavier, komm jetzt hast du keine Ahnung hab ich mir den ehemal ab warum gehst du mit Picke drauf? just because of the noise so, ich mach mir erstmal neun Bungen, ne? ja, mach ruhig kommt dir unten irgendeine Mathe, oder? wie bist du da hin? ja, wir haben uns ja gleich oder so, soll ich mir ihnen ja, 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 soll ich mir ihnen machen soll ich wirklich? was ja, 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 kann wenn du jetzt der verdrigt und ich bin da alter Kevin! ja ich bin worden, ne? ja ich bin worden, ne? also ich glaub das ist Alter ich fühl mich ekelhaft weil ich mittlerweile ein bisschen hotkeen kann weil es Gomme ist ich hab' ich den Gedanken noch nicht so ganz abgefriedelt ja, abgefreundet wir müssen eigentlich gar nicht mehr irgendwas beschützen noch 10 Minuten wirklich so und ich hab' 13 ist schon stärker hab' ich auch schon der Töcke äh, beste Brust glaub ich auch schon kann ich runtergehen und Dings und ähm, nein kann man einfach Redux platform machen? ne, jetzt noch kommt sich nicht im Deathmatch ja, natürlich, natürlich die kommt zu zweit unten ich hab' nur ne pico ah, ich hab' einfach mal ganz ich hab' aufgeschritten das ist ja, äh, klavier du musst jetzt aufpassen, ne? mach deinem besten voll voll ach, ständig jetzt hier einfach ja, Kevin, Kevin, einer hinter dir ok, jetzt ist es schwer und fragt da kommt einer zwei, komm der zu zweit nice ne, wunderlich ey, der hat mir einen Schuss gar keine Nutzung bekommen, man das war mein das war mein Schuss das war mein Schuss ich hab' keinen Schlag hab' einen nice den kriegt der auch noch kommt der ist fast one hit buries ich hab' einen ich hab' einen ich hab' einen holen, weil hier oben kommt eh keiner hin ja, dann mach eben genau in der ec sind ein bisschen äh, einfach was sag' wenn jemand hochgeht äh, ja was, ja, es kommt einer hoch, oder? ja, mach ich ich kann nicht sprinten, deswegen das ist etwas abfrag äh, verhungerst aber was? warte, hier da, hinter dir, hinter dir hinter ja, oder nicht kann wir noch, noch, noch wir müssen langsam Eisen sparen ja, okay okay okay, nie wieder Eisen sparen also wie gesagt das ist dein Spruch was machst du hier? äh, essen geholt und so warum? bist du aus, ne? ja, ne, wenn einer von denen austalten will, dass wir mal ist äh, hinter dir glaub' okay dann scheiß ich hab' alles dann geh' ich dann geh' ich noch nicht mit MLG einfach und Jonas, du bist übrigens gemütet ach komm, leck mich hab' ich jetzt mit dem base def ja, basta das ist mein base def die können gute combos austalten ganz in der Bogen OP ein der Bogen OP microphone activated microphone muted hier ist oben unten durch oh god ey mann okay, klebe ich jetzt auch nichts mehr läuft warte, ich glaub' ich will mir noch mal eben meinen alten Bogen und dann äh, zerspame ich mal eben meinen alten Bogen noch down da noch irgendwo ich geh' wieder hoch alter Bus, geht einer hoch? nein okay, dann musst du ja auch nicht hoch spammt oder ja, Kevin admin nice alle base ja, CTT angriff ja, CTT angriff, wenn ich jetzt auch nichts mehr eingebaut der nix bringt jetzt n' mehr aber die ging, glaub' ich, genauso wie wir auf Deathmatch ja komm' ich unten, ich lebe meinen Bogen weg und geh' jetzt auch mal einfach rein ihr könntet höchstens, äh, CTT nehmen, um Chat zu strengen ja user was moved to your channel hallo Menschen ja, die gab' was mit meinem Bett los, alter wir hatten da langweilig gehört ne, ich besser als ich ich bin verhungert in der Zeit, wo ich oben war, weil ich nichts zu tun hab' nein, wirklich nicht schade Kevin der ist aber low äh, wir haben äh, 4 und äh, 4 und 4 und 4 und äh, kauft euch nix mehr für Eisen ab jetzt ja also die M, wenn die Geld von, äh, wenn ihr Geld von, äh, wenn ihr Geld von, äh, wenn ihr trotzdem solltet ihr einschieben ja, das wird dir nicht easy, obwohl, ne, die können mehr aus Gold machen, nicht geht nicht mit, auf jeden Fall naja doch, die GTT-Schützen, so ist auch richtig heftig, man nur schwitzen die ich würde an eurer Stelle vielleicht da BP stärker machen und sie in die Mitte werfen das ist, wenn wir jetzt oben haben, ist mir so, nein, in welcher Mitte Jonas bekommt auch kein Nockback, der Typ bekommt kein Nockback, was gelohnt ja, deren Bett ist noch 2,3 Block, meine ich ja, das ist aber jetzt, aber jetzt, und, äh, der GT-Schutz ist richtig, hier nur gespitzt ich will Texas noch nur die chest-loten hab' kein Spitz auch gut dabei deren Bett abzubauen, das hat echt nicht so schnell ja, nachher, nachher muss ich alle volle Kummer, alle einfach nur gehen mit dem Schwitzen dabei in fünf Minuten ist unser Bett weg, ne ihr müsst jetzt nur noch auf chest-loten gehen ja, nehmt ein Schaf oder irgendwie, keine Ahnung ihre Chests sind ich hab' ein bisschen sehr viel Angst, hier ihre richtige Chests krieg' ich aber nicht, das ist ein Eisendrücke, zwei Stück zwei Eisendrücke, bei einer zwei im Spawner drin dauernd sie sich mal einfach, so kann sich im Spawner einbauen Lenny ja, ja, ja ja, von denen und wenn sie ... ich hab' ein Goll, aber von ihren Spawner personen dass... ich gehe nicht aufs Bett ihr könnt die noch tritten hä, wieso habt ihr nicht oben aufgegeben, wenn die jetzt einmal schnell TNT machen und euer Bett holen wir haben oben ist jetzt noch nicht aufgegeben, aber einfach unser Bogen, der hatte keinen Bock mehr oben das wäre das dümmste, was man machen kann, wenn sie jetzt einfach soviel TNT verschwecken Leute, lass mal bitte einen mit Fullycup und Stärke da vorm Bett, äh vor deren Bates passieren nein, wenn das Bett weg ist, dass wir dann sofort drauf gehen können nein, du kriegst dir soviel Schaden durch das TNT, das alle los ist dann gehst du einfach weg vom Bett, kann ihr, äh, äh vielleicht machen die dann noch mit Stärketank ja, dann habt die auch einen Stärketank nein, 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 am besten wäre das eh, wenn, äh, irgendeiner, irgendwie 99, äh, 96, 9, 50 Minuten und paar Sekunden oder so, äh, fällt einer runter, oder wir killen ihn dann äh, und dann, äh, stirbt er genau dann, wenn unser Bett weg ist aber das wäre dumm, weil, äh, wenn ihr mit Stärke reinrutscht, ist einer von euch safe weg weil, die haben bestimmt Konterstärkert ja, das stimmt auch, wenn da ich hätte einfach in die Mann, wenn einer beispielsweise, äh, auf uns geht, alleine, äh, so Letzter Rush und dann stirbt dann, dann macht er sich volle Kugel, äh, ich werde jetzt zwei Schafe versuchen zu bringen und die mit Koppelbrenn zu wollen ey, probier die Schafe, oder ihr könnt ihr probieren, TNT auf deren Chest zu machen noch ein Klavier über die über die Klavier und er hat die Gäste Kettchen Kettchen bei der Kettchen die Schatten der Richter da wird er da wird er durch das hat 13 ab und er im Grunde die Kontrolle übernommen hat auch da wird in der Nase der Politiker sagt was auch was er sagt er in der Welt warum darf er deswegen Das bringt doch nix! Unter dir, unter dir ist er noch. Kannste aber nicht nucken. Vielleicht haben sie jetzt Panik. Der rennt halt genau zu! Ne, der guckt, der eine geht zur Kiste. Das ist so dumm, wir leben noch. Der ist genau beim Bett. Ey, wenn ihr jetzt durchkontert... Die explodieren weiter beim Bett. Bett frei! Bett frei! Das wird pein. Ich seh es gerade nur so. Das ist echt peinlich. Glas von da hinten. Ey, du hättest... du hättest das noch Tischess noch. Ne, ich wollte noch Tischess, genau. Könnt immer noch Sense und One-Block, ne? Letztes Mal noch. Fetter, die seht dich nicht! Jetzt schon. Wie dumm von ihm! Ne, du kannst da nicht raus! Warte mal ein Gold! Ich stehe halt über dir im Fetter, ne? Äh, lol. Eine Minute noch. Noch die weg! Digga, die wollen dich töten! Bring runter! Ja, du, 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 du musst Augen lehnen! Du musst Augen lehnen! Richtig! Besten, bestes Weg! Richtig! Es war laut genug, dass man's hören konnte. Durch David hindurch. Einer schreibt, wie schlecht ist denn... Jetzt macht schnell! Schnell, komm ich! Jetzt können wir die noch schnell im Fursch machen! Nein, mach nicht... Die bringt euch da mit Absicht nicht, die bringt euch da mit Absicht nicht, doch! Die bringt euch da mit Absicht nicht, doch! Die bringt euch da mit Absicht nicht, doch! Ey, war warum? Die sind Bock drauf? Mit was? Ich wollte auch nur, dass sie in der Basis bleiben. Das ist okay! Ja bitte, die werden und dann kommen die werden nicht mehr. Ja, wo ist alles Eisel? Und, der noch nicht mehr auf den Karten, der noch nicht mehr auf den Konten! Guck Sie haben's geschrieben, sie wollten den eigentlichen Koppel setzt da wird dann recht naja das war mit der Sorge und das ist ja weiter 20 Sekunden Leute wir gehen weg ich sie ja so wird auch wenn wir auch wo wir uns gehen ja er ist das so ja ich hab noch nicht das immer ja immer den gleichen Witz es ist ein Zeichen der Bogen da wird immer Gold mit abgabend die Hälfte auch an eurer Stelle will ich stärke EPS machen mach ich eher ich will auch stärke EPS machen DGWGF ich will nicht wissen wie viel EPS Eisen ist verschwender Töpfen ist besser ich will aber auch ich habe ein Zwerger Stärktempern machen ich habe einfach stärke ich habe einen anderen Rundfunk und ich habe den DMS ich habe den DMS in DMS ja es macht auch viele ich habe die Stärk für dich hier bei der Karte Die teilen sich am DM auf, zum Beispiel, dass einer etwas weißer Außenschnitt schwammt und so, und dann wirst du genau die EP auf den einen und killst ihn damit, weißt du? Ey, wie spät, äh, wie lange dauert das DM? Wie lange dauert das DM, genau? Ich kann mich mit 13er-Bogen machen, 5 Minuten, aber die Welt baut sich halt ab. Aber dann brauchst du auch Goldäpfel, weil durch die EP kann schaden. Kann ich mit 13er-Bogen machen? Ja. Ich find's halt schwasser, weil im DM sind wir wieder ziemlich ausgedichten von den Kräften. Gut, hat einer mehr? Ja, aber trotzdem, es ist ziemlich goldmäßig gleich. Oh, wir haben die EP fast nicht. Ja, das glaube ich wohl, aber weißt du nicht genau. Deswegen würde ich fast jetzt schon aufgehen. Wieso, was haben die denn alles gemacht? Ja, wissen wir. Ähm, GTNT im Deathmatch. Nein. Äh, wer ist cooler, Max? Nein. Ja, das haben wir dafür, Alter. Also, sie hat mir ein FL geschickt. Ja, auch. Ich hab angenommen. Weil dann hat's mal viele Leute hier. Wer? Ja, Mama. Ey, Alter, ist, äh, richtig viele, äh, wirklich viele Specs hier, Alter. Wie viele? Ich spell mal nicht in der Nacht, ich mir immer im 13-Runde. Ja, die haben, die haben. 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 Ja, die haben. Ja, die haben, die haben. Dann sind da noch vier von einem Clan. Ja, ich mag die ganze zurück. 4, 3, 4. Hört ihr mich nicht? Ja, die haben die 50 Specs, heißt es. Äh, ich hab ein Level 2-Schwert. Herr Traxie. Ja, das Ding ist halt, wir sind gerade irgendwie voll am, am Jusis ein. Äh, hier portiert voll zu, oder nicht? Was ist? Ja, wir sind auch noch 30 Leute drin. Lenny, wahrscheinlich einer für jeden Spieler. Einer beim Bett, einer beim Pauzig, einer bei deren Bett, einer bei deren T-Tisch. Die 50 Leute von Duck Gang, man, insgesamt. Wir haben noch 6 Leute. Nee, aber das wäre ich eh, weil ich spiele so 50 Leute. Da macht damit noch Duck Gang. Keine Ahnung, hat jeder Eisenspec, äh, ich hab noch keine Eisenspec. Hey, Duck Gang spielt gar nicht mit so viel Specs, weil Duck Gang sagt, wenn sie zu viele Specs haben, wird niemand mehr Specs. Also, Leute, lass mal bitte alle Kisten abbauen und die, und in dem Dahlen mit halb einbauen. So. Habt ihr Kopfweb, Essen? Ja, wenn wir so zwei, drei. Essen. Essen. Dann tun wir auch gar keine. Elf Essen, ja. Macht euch rot. Kopfweb. Ja, wir haben... Heeling. Gold, das Füll. Unser Bett, unser Bett ist von dir, wurde von dir abgebaut. Ich wollte nur sagen, hab dir genügend Eisen aufgespart für Heilungsteiger. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Ich hab gerade drei Goldöpfel. Ja, ich hab gar kein Goldöpfel. Ja, ich hab gar keinen Goldöpfel. Ich hab gar kein Goldöpfel. Ja, ich hab gar kein Goldöpfel. Wir haben noch... Zwei Goldöpfel. Ja, hab ich da gerade schon gesagt. Ich hab das Klavier-Business-Schleifte. Du bist doch. Du bist doch. Du bist doch... Wer schreibt Business? Da eine Schreibt einfach Business so... Business. Ha 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 ha. Ha ha ha. haben wir jetzt irgendjemanden mit dingens der geistlich mit ep kann man ich mach mir mal einen goldapfel hat irgendwer noch eisen oder so hat irgendwer stärke überhaupt ja ja ich hab auch stärke ich hab immer kirchen als es noch nicht das opfer ich bin grad alter war das close ich bin gerade zurückgepackt wird er fast reingelaufen ja nicht ich mache ich mache ich mache mit drei Prozent normalen die Brot die am einen später hat sie aus mit 13 Uhr ja die haben wahrscheinlich beide 13 Uhr nun ist der drei oder ich will nicht stimmen ein Wort der Einer hat auf Wort ja das haben wir nicht werden zu wenig Eisen rot ist sowieso nicht so gut rot ist eh unnötig weil in der Mitte seit ergeburt naja nicht unbedingt bekommen wir müssen direkt auf mittelstirmen ich auch ich denke mal die habe ich bin wenn du stärker hast also ich hätte ich nicht nur aus der reine Plattform mannstet außen bleiben reichlich so hat auch nicht geklappt wird es wäre die wir auswahl abgabe alle drei 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 als Stärklinge das Zechner der Verstärkung alle drei Stärken und die Ecken der Ecke klar dass sie in der Regel die Ecke der Obliebe er nimmt auch alles coke ist ein erklärt hier aber ich hab gesagt dass ich habe gehört er wenn ich so weit geht sofort ist ich hab eine fähigkeit Glutarten ist so schnell egal gar nicht hätte vesteckt zu ob ich werde auch bei einemregonischen ich habe stärke von euch also ich habe stärke drin ja da wird sie von der seite und ihr geht jetzt raus los zusammen wo seid ihr denn mvp ist safe